Ich hab jetzt auch mal das Tech-Shotter-Pack genommen. Ja, also. Wir sind wieder da und er hat sich das Tech-Shotter-Pack genommen. Ja, ich denk mal, da er dich angesprochen hat. Und? Was fällst du davon? Ich kenn's ja schon. Das ist keine Meinung. Ja, wo ist Tech-Shotter-Pack? Weil ich deine Lieblings-Fahrer weiß es. Bei Wursch, wie ist das so? Ich weiß jetzt nicht. Bis jetzt sei es halt noch wie das alte. Und das war halt immer richtig sehr nice gewesen. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch dran geändert wurde. Alles. Ich meine, ich glaub, damals ist ja aufgehört worden. Beta? Ne. Vollversion, glaub ich. Irgendwohin am Anfang Vollversion. Mase, ich habe Erde. Ich sehe hier Erde, das muss dein Kreis sein. Willst du bei der Entjungferung deines Kreises dabei sein? Nein. Nein, du hättest wohl nicht umfasst meinen Kreis nicht. Warum schmeißt der das raus, anstatt mitzunehmen? Was? Der schmeißt mein Fleisch immer raus. Finde ich cool. Der fühl dich verhungern sehen. Er hat was gemeinsam mit uns. Er schmeißt, ich... Weißt du, ich drücke... ...linke Maustaste und er schmeißt das mal wieder. Okay, Masel. Es wird der Entjungferd. Nein. Okay, es ist doch noch ne Schicht. Zum Glück. So schnell lässt es sich nicht entführen. What the fuck? Was ist das? Hier muss ein Echtern ab Himmel eingeführt werden, um das hier zu befriedigen. Nee. Ich baue hier gerade echt voll das Perverse, wenn man sich das mal so reinzieht, Alter. Du hast immer Perverses. Unbewusst oder bewusst. Wenn man es aus meinen Augen sieht, dann ist es sowieso immer Pervers. Ups. Gott, ich baue gerade einen Monsterbaum ab. Hab schon über einen 64er Stack. LOL. Nein, Minecraft. Ich krieg fast einen zweiten draus. LOL. Nein, Minecraft. LOL. Das hättest du jetzt wahrscheinlich gehört. No. Moment nicht. Was? Kein LOL. Alter, hast du viel... Mal ehrlich, wie lange kannst du online bleiben? Wir haben schon Mitternacht. Das ist doch Wochenende. Naja, aber Madl geht doch sonst auch immer so um. Weißt du, so um 20 Uhr Schlafenszeit und so. Schlag dich. Boah, wie dick ist das Jungfrauenhäutchen von deinem Kreis da, ey. Dicker als dein Penis. Oder bin ich zu tief? Das wird jetzt immer perverser. Ach, der lässt mich nicht auf deinen Server. Düm, da dumm, dumm. Privat. Kevin wurde leider geblockt. Das Hörer weiß, was gut für ihn ist. Ja, Maße. Also ich glaub ich bin gleich einmal um den... Hups. Das war dir jetzt nicht. Oh, da ist jetzt nicht mit Erde. Das gleich einmal um den Hups. Ich glaub ich bin gleich einmal durch den Berg durch. Ah, du Lappen. Entspannend. Das heißt, das ist so schön. Hat das so schön für mich, gerne mit den clicken. Mal mit den Kronter. Ich bin wieder hörst mich sehr ewig. Ich hätt die Schaufel mitnehmen sollen. Ich hab auch keine dabei. Boom. Ach, leck mich. Schmeiß der Server dich immer runter. Nee, jetzt bin ich ja drauf. Nee, der wollte mich irgendwie nicht reinlassen. Fuck. Warte, ich geh mal kurz in dein Haus. Endermands. Willst du Endermands abschlachten? Nee, ich will nur kurz sicher stehen, damit ich gucken kann. Ich hab heute gefunden. Eigentlich kann ich das Fleisch nehmen. Was hast du gefunden? Ich hab einen Chunk-Bug. Ich guck mal, was da unten alles so ist. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Lava. Gold. Redstone, Kohle. Ich glaub, hier muss ich durch, um dein Ding zu entjungfern. Noch mehr Kohle, Eisen. Noch was, nee. Lappis-Lazuli. Voll den Poppes. Nee, in der Infos, okay. Ich will gar nicht wissen, wie du Leute entjungfährst, in denen du irgendwas Perverses mit ihrem Fuß machst. Der Skelett hat mich in den Fuß geschossen. Der, der, die, das ist das Skelett. Der, die, das ist das Skelett. Der, die, das. Nein. Reicht. Reicht, Norman. Wieso höre ich Leitern-Geräusche? Wer klettert da schon wieder bei mir rum? Ich. Das ist ja echt schlimm. Wo hast du denn das hingemacht? Diesen Eingang. Welchen Eingang? Wirst du da irgendwie sein Jungfonding? Warum höre ich einen Enderman? Dich. Weil er nicht lieb hat, Norman. Hörst du den auch? Ja, ich will noch was, dann gucke ich noch. Wer hat sich denn bitte schön in die Frasze geguckt, ey? Ich hab ihn. Ich hab von Weitem, also der ist der Domieter weit da hinten. Wir haben den Rücken zugedreht. Wo ich gedreht es und wendet es, wie er möchte. Das sowieso. So. Zack. Shopcaller gefunden. Oh ja. Schieß mich ab. Kleine Schwachstel da. Was noch? Schaufeln, spitze. Geht das? Recht erstmal. Ich keinen Bock hab, durchs Wasser zu gehen und deswegen die ganze Zeit hier am Ufer längs spaziere. What the fuck? Warum hast du noch einen Creeper auf dem Dach? Bei mir? Nein, bei Norman. Weil ich es kann. Weil es denn alles nicht ausgeleuchtet ist. Willst du auch einen Creeper auf dem Dach? Können wir dir auch gern machen. Der kann ja auch nicht auf dem Dach stellen. Der ist hier. So. Der ist in die Haus. Moment. Der kommt doch runter. Der kommt und spielt mit dir. Na du? Schöne Wohnung, ne? Ja, find ich auch. Hm. Da? Ey. Was macht ihr da? Wo ist die andere Leiter? Die muss auch hier auch irgendwo. What the fuck? What the fuck? Entschuldigung, das wollte ich dir nicht antun. Wen mehr? Nein, eigentlich den Ding hier. Hier. Ich steilte hier so. Oder pff. Bin ich wieder nach vorne gepoddet worden. Alter. Gut. Tricks. Ich hasse es für meine Falle. Schade. Ich hasse es, wenn mein Vater im Internet ist, ey. Ups. So, dann geht man die Vagina weiter ausbauen. What the fuck? Ja, Norman ist krank. Sie muss tiefer werden. Ich will viel mehr Spaß mit dir haben. Allein schon. Ich krabbe jetzt einmal durch den Berg durch. Das ist mir eine Latte. Das ist mir egal, ob du eine Latte hast. Oh nein. Nein, dir erst recht nicht. Aber du bist der Erste, der es merken würde, wenn ich eine Latte habe. Da wieder ganz leise. Ich habe gerade nicht zugehört. Ich meine es auch nicht dich. Ich auch nicht. Genau, ich meine dich. Und er hat zugehört. Er träumt noch gerade davon. Ja, klar. Seht ihr, er hat zugegeben. Du drehst und wendest es doch sowieso, wie du willst. Also, dementsprechend. Ja, klar. Diktatur, Baby. Diktatur. Gott. Steck dir deine Diktatur in den Po. Dafür habe ich dich doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So lange kann es nicht mehr dauern. Ich muss gleich durch sein. Ich bin gleich durch. Ich gehe bei Frauen schon nicht mehr rein. Ich gehe durch. Ich bin schon einen Schritt weiter wie die meisten. Wulfi, du bist bei Masel, oder? Ja. Wenn ich da runtergehe, sterbe. Schass es gleich. Na, du sollst nicht hier runtergehen. Ähm, wo ist Masels, ähm, Kreis? Er steht drauf. Ich stehe gerade genau mittig. Da bin ich echt drunter, oder wie? Ja. Du bist noch ein Stück hierher. Warte, ich kann, guck mal, ich kann. Du bist drunter, du bist drunter. Jetzt bin ich drunter. Ja. Ich bin echt, ich bin echt. Ich bin nur bei 78. Kann ich mal hier kurz ein Glas kaputt machen? Ich werde genau, warum mache ich einen Bogen? Nein. Bloß nicht. Alles heil lassen. Ich brauche mein Glas. Ich bin da noch für die Kugel. Ist ein Bogen auch hier so ein komischer, schwarzer Streifen? Masel? War mein was? Über den Bogen ist da auch so ein schwarzer Streifen? Ich sehe hier kein schwarzes Streifen. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Ich habe Hunger. Ich habe Brother. Ich habe Hunger. Nee, weil ich seh den. Ich glaub, ich mach mit dem nächsten Mal meinen eigenen Texture-Packs. Dum, dum, dum. Ja, durch, durch, ich bin durch den Beck, durch. Wer sich voll einer abfreut. Ja, Mann. Hab' mal durchgegraben. Okay, dann werd' ich ab jetzt deinen Tunnel benutzen. Dankeschön. Wofür? Als Weg, um dort was anzupflanzen. Ja, ich bin aber nicht drangekommen, äh, an deinen Dings, ne? Du musst dich nur hochgraben. Ich weiß, aber erstmal muss ich hier. So. So. Mögt ihr mal sagen, wo ich nochmal hoch muss? Dann grabe ich mal kurz hoch. Wolfi, stell dich mal wieder in die Mitte. Ich baue hier weiter. Wolfi steht wieder in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. Stehe ich jetzt gerade unter dir? Na, fast. Ja. Warte, geh mal eins nach links. Ne, von dir aus. Wokuss ich nur hin. Ähm, warte mal kurz. Ich guck jetzt auf die Karte nach Osten. Nach Osten, Osten, Osten. East, E. Auf der Karte. Ja, ja. Geh mal nach links und eins, ne, warte mal. Stehe ich mit dich. So. Eins nach vorne noch. Eins nach vorne. So. Jetzt höre ich das genau unter mir. Also hier hoch. Oh, das ist Erde. Moment. Bam, bitch! So darf schon mal begradigen, damit ich da später auf... anpflanzen kann. Der Tunnel ist jetzt offiziell beschlagnahmt. Kann ich mir mal Essen nehmen von dir, Masel? Ich hab kein Essen. Auf dem Weg, verreckt. Kann er sich nicht leisten, sowas? Ich brauch sowas gar nicht erst. Moment. Ich müsste noch einmal fallen und tot bin ich. Ja, ich bin dem Masel's Glaskuppel. Bitches! Yay! Bist du ein Sperma? Genau, ich hab Masel gespengert. Ich muss jetzt nur noch die Eisnäle suchen. Oh mein Gott, ich glaub, Masel hat die Pille genommen. Hier ist nichts. Masel, du Sau! Du bist in deinem Kondom drin, ne? Masel! Ja unten! Hallo! Diktor ihr mich nicht! Ich will aufmerksamkeit! Masel! Huck da an seiner Glasscheibe! Guck mal, hier ist da unten. Jetzt fängst du an, in der dritten Person von dir selber zu sprechen. Ich kann halt... ... 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